Hallo zusammen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu etwas Neuem und Aufregendem auf unserem Kanal GermanKibat mit einer neuen Serie, Hörverstehen, wo wir versuchen, eine gute Grundlage für die Hörfähigkeiten aufzubauen und Ihnen gute Vorkamen zu liefern, mit dem Ziel, Ihnen zu helfen, fließend zu sprechen. A very warm welcome to everyone to a new series on our channel GermanKibat, Hörverstehen, Listening Comprehension, where we attempt to build a good basis for the listening skills and to deliver you good vocabulary with the goal to help you speak fluently. So without further ado, on a weiteres, legen wir los. Let's start. Wenn ein Vater, obwohl sie wusste, dass sie nichts zu essen hat, wählt größte Liebe. Wenn ein Vater sein hart verdientes Geld für Dinge ausgibt, um die Wünsche seines Kindes zu erfüllen und bereit ist, alles in seiner Markt stehendes zu tun, um sein Glück zu sehen, während er selbst niemals so teure Dinge für sich selbst gebrannt hat, eine selbstlose Liebe. Wenn ihr Geschwister an ihrer Seite bleibt und sie in schwierigen Zeiten unterstützt, egal was passiert, eine stille Liebe. Wenn ihr Lebensgefährte zu einem besonderen Anlass etwas Unvergessliches schenkt, um das ersehnte Glück in ihren Augen zu sehen, eine endlose Liebe. Wenn ein Soldat voller Stolz seinen letzten Atemzug tut, nachdem er für die Nation gegen die Feinde gekämpft hat, Liebe zur Nation und Pflicht. Liebe ist ein starkes Gefühl in jemandes Herzen, das niemals verschwindet, auch wenn die Person, die wir lieben, nicht mehr bei uns ist. Ein Wort, das die wahre Liebe perfekt beschreibt, ist selbstlos. Wenn wir jemanden lieben, kümmern wir uns nicht nur um ihn, sondern lassen ihn auch für sein Glück gehen. Das Glück deines Partners ist am wichtigsten, wenn du verliebt bist. Liebe bedeutet nicht immer, jemanden in deinem Leben zu haben. Es kann vorkommen, dass die Person, die du liebst, niemals deiner sein kann. Aber du bist wirklich in diese Person verliebt. Liebe bedeutet Respekt. Liebe bedeutet Versorgung. Und vor allem vollständige Acceptance des anderen. Egal was passiert. Liebe ist etwas, das über dieses Videos hinausgeht. Vielleicht sogar tausend weitere. Um ehrlich zu sein, kann man es fühlen, aber nicht genau in worte fassen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Till the next time. Vielen Dank.